Ein Velo-Helm mit Kameras. Gedreht wird hier kein Kinofilm, sondern die erste 360-Grad-Serie der Schweiz. Wer wollte nicht immer schon mal die Welt mit den Augen eines anderen betrachten? Um wirklich die ganze Perspektive eines Menschen filmen zu können, haben wir hier einen speziellen Prototypen gebaut mit fünf Kameras, die insgesamt 360 Grad aufnehmen. Und wenn ich das dann später, wenn das Bild zusammengesetzt ist, auf so einem Smartphone angucke und ein Cardboard benutze, so eins wie das hier, und mich dann umgucke, dann ist das so, wie wenn ich wirklich selbst vor Ort gewesen wäre. Und das hat einen wahnsinnigen Impact auf den Zuschauer. Durch die Geschichte von Paul, Amaré und Lea zeigt die Filmcrew die digitale Medienwelt der Teenager. Und ein wichtiges Thema, Mobbing und Cybermobbing. Für Noemi alias Lea wird die Schule zum Drehort. Hallo, ich bin Lea. Ich mag Musik und alles, was mit Mode zu tun hat. Wenn ich einmal groß bin, möchte ich ein YouTube-Star werden und einen eigenen Kanal mit vielen Abonnenten hören. Es war spannend, weil der Helm war auch sehr schwer und es war cool. Ich war am liebsten im Boden versunken. Alle hassten mich plötzlich. Zu Hause ging es dann erst richtig los. Also es gab einmal eine Zeit, da war ein Junge aus unserer Klasse gemobbt geworden. Also ein paar haben extrem doof zu ihm getan. Und jetzt diese Szene zu drehen, war eigentlich mehr lustig für mich, weil ich wusste, es war nicht echt. Aber wenn es jetzt echt würde werden oder so, dann wäre es eigentlich schon schlimm. Richtig anschauen kann man die Serie nur mit einer speziellen Brille. So ein Cardboard kostet ca. 15 Franken. Eltern können so in die Rolle ihrer Kinder schlüpfen. Die Vorstellung im Kopf meiner Tochter zu sein, fasziniert mich. Weil es etwas ist, was wir immer versuchen als Eltern. Wir versuchen uns in die Kinder reinzufühlen, zu verstehen, wie die Welt aus ihrer Perspektive aussieht. Aber so richtig selber erleben kann man das ja nicht. Wir haben gedacht, wir probieren mal eine neue Form der Sensibilisierung von Eltern aus. Bisher haben wir über andere Mittel Eltern abholen wollen. Und jetzt über die neue Technologie von Virtual Reality, die doch sehr im Gespräch ist, erhoffen wir uns, die Neugier der Eltern zu wecken. Virtuelle Realität war einst nur was für Computerfreaks. Heute ist die Technologie allen zugänglich.